Hier präsentieren wir die 5 besten Babypuppen Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bayer der sich in 93.800 Babypuppe firstwärts mit Schlafaugen. Diese Babypuppe von Bayer der sich mit der Bezeichnung firstwärts kann insgesamt 24 Babylaute. Die Bayer Funktionspuppe besitzt einen Weichkörper, so dass sie schön weich ist. Die Altersempfehlung dieser Babypuppe ist ab 2 Jahren. Die Puppe sagt Mama und Papa, weint, lacht, kichert und brabbelt. Um all diese Funktionen nutzen zu können, benötigt die Bayer Babypuppe 3 Batterien. Ausgeliefert wird die Puppe im rosa Strampler mit passendem Mützchen, einer Babyflasche und einem Schnuller. Der Preis passt für das, was die Babypuppe alles zu bieten hat. Nummer 4. Zapf creation My First Baby Annabelle mit Schlafaugen. Diese Babypuppe von Zapf ist sozusagen das Einsteigermodell unter den Babypuppen. Und deshalb heißt sie auch My First Baby Annabelle. Mit einer Größe von 36 cm können kleinere Kinder die Babypuppe sehr gut halten und mit ihr spielen. Zum Lieferumfang der kleinen Babypuppe gehört ein Strampelanzug, das passende Mützchen und das Fläschchen. Euer Kind kann die Babypuppe an- und ausziehen, ihr Fläschchen geben. Die Babypuppe Annabelle hat Schlafaugen und für viele Kinder ist sie nicht nur Spielgefährte, sondern auch Schmusegefährte. Für mehr Informationen, überprüfen sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Bayer Dessichen 9.469.400 Biculena Magic Ice Puppe Diese Babypuppe von Bayer Dessichen ist garantiert der Traum aller kleinen Mädchen, die Puppen lieben. Diese süße Babypuppe mit ihrem Weichkörper wird mit aller Hand zu Behörd geliefert. Sie ist 46 cm groß, blinzelt mit den Augen und macht verschiedene Babygeräusche. Die Augen schließt sie, wenn die rechte Hand gedrückt wird. Wird die Puppe an den Füßen gestreichelt, lacht sie. Und wenn sie am Bauch gedrückt wird, blinzelt sie. Die Bayer Babypuppe schmatzt beim Fläschchen geben und bewegt außerdem den Mund. Um all die Funktionen zu erhalten, benötigt die Babypuppe zwei Batterien. Die Altersempfehlung liegt bei 12 Monaten und älter. Ihr seht, die Piculena Magic Ice Puppe kann so einiges und das macht sie so besonders. Nummer 2. Simba 105.039.005 newborn Baby. Die 43 cm große Spielpuppe von Simba lässt Mädchenherzen höher schlagen. Die New Babyborn kommt mit viel Zubehörfläschchen, Lätzchen, Töpfchen, Schnuller, Windel und Essgeschirm. Diese Babypuppe benötigt keine Batterien. Die Babypuppe kann mit dem Babyfläschchen Wasser trinken und danach geht es aufs Töpfchen oder sie macht Pipi in die Windel. Der Puppenkörper besteht aus Schweine, Arme und Beine sind beweglich. Die Babypuppe passt von Preis und Leistung und wird ab einem Alter von 3 Jahren empfohlen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bayer der sich 9.468.200 Funktions Puppe Holo Baby. Die Babypuppe von Bayer hat mit ihren 46 cm die Größe eines Neugeborenen. Dabei ist sie vom Aussehen einem Baby nachempfunden und bietet eurem Nachwuchs einen tollen Spielspaß. Die Babypuppe besteht aus einem Weichkörper und hat Schlafauk. Als Zubehör werden ein Strample, ein Mützchen und ein Fläschchen mitgeliefert. Wird das Baby mit dem Fläschchen gefüttert, macht es Trinkgeräusche und bewegt den Mund. Es lacht und beim Drücken auf die Hände links oder rechts sagt es Mama oder Papa. Kitzelt man die Babypuppe am Bauch, fängt die Puppe zu lachen an. Um all die Funktionen nutzen zu können, benötigt ihr Batterien. Die Babypuppe passt vom Preis und von der Leistung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.